hallo hier ist wieder euer darsteffen zu einer weiteren folge let's play minecraft ich wünsche euch viel spaß und ja wir reden noch ein bisschen weiter über das thema gaming und ja was kann man jetzt machen dann noch ein bisschen spaß hier rum in meinem biet das hat man bewässerung von dem biet das wohl schützlich gehört oder was und ja ich will gerade was ich noch bauen könnte hier was ich machen könnte rollo machten gollum tanz in pferd dann geht das gut aber noch mal keine scheinereien ja sagen ich nicht da bin ich dass hier irgendwie so ein gollum pferd nehmt rauskommt hier das der oberklau wird auch eine höhle reingucken wieder mal davon wie eine höhle abdriften aber waren wir jetzt ganz stückchen daher würde ich sagen die weg lang habe ich jetzt erst negiert hat hier den weg das gegangen jetzt gemacht ist das sind ganz andere blöcke der ich mir schaufel machen soll na geil hallo 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 wie bist du es ich würde mir jetzt gern hier gerade weg durchbauen zum wasser hänger wenn wir hier auch was schönes errichten ja wir machen wir bei uns ein geraden weg durch über kurven hier sieht klappt das nicht ganz so wie ich möchte ich habe gerade keine schaufel parat daher schaute schon wieder an hier durch das gemüse kram du bist ruhig du koppel da warst du gerade durch dann müsste ich direkt zum wasser kommt am strand hallo vor allem wie ich bin auch störend habe ich so ein gefühl so bis hier dann was guckst du muss das verstecken eingelegt geil ich glaube das hut hat versteckt ein ei gelegt na herrlich hier ab da liegt das hut versteckt einfach ein ei ein ei gelegt geiler besser geht es doch gar nicht alles du das die mal weg ok geht nicht danke habe ich war weiter da ist das hut ja schon wieder gibt es ja nicht ist mich verarschen koppel hahn juhu ich bin deutsch so jetzt kann ich aber mal weg hier weil das beschissen aussieht so mache ich nur einer wie wir machen zweier weg so weil ich jetzt gerade ab naja kommt ja nicht hier ja das getreide und glücklich du scheiß koppel hahn ich war zweier weg zwei breite ist glaube ich schöner ich bin grad voll konzentriert merkt er das auch so ich denke mal dann wird ein shooter raus nur ich muss mir überlegen wie ich den am bau aus stein macht aus erzten da muss ich noch überlegen hallo kuh wie geht's kommt ihr auch noch angerannt gibt es ja nicht aber bis nicht mal gehst du weg so geh weg du du ist kirst der leben alte bitch du die kugel ist jetzt echt ihr leben hier jetzt schließe ich mal mit den weg an hier da hätte ich schon mal einen weg wo aus was mache ich den jetzt auch schon ein paar bäume um mache ich aus dem holz wie zum beispiel bürgenholz oder mache ich eichenholz weil hier hast du mega bäume da riechst du viel holz raus oder mache ich aus steinen auch so viel habe ich auch wieder nicht steine dass ich einen stein weg machen könnte so viel habe ich auch wieder nicht an stein dass die reichen könnten für einen weg ich glaube ich muss mir echt bäume fällen oder machen wir aus dem sandweg aus sand sieht bestimmt auch nicht schlecht aus ja noch mal probier mal sand aus wie es aussieht vielleicht gar nicht so schlecht aus wird einfach mal aus ist das schön dunkel ernst das hängt schon ich brauche noch was zu fressen hier so jammy 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 eine runde schlafen und nun geht es auf zum sandweg bauen wenn ich jetzt walt muss wieder aufpassen weil da kommen ja reicher die scheiß was war das gerade hat am organen irgendwas gesehen aber ich weiß nicht was es war es war auf jeden fall weiß wahrscheinlich ein skelett ich glaube da ist wir zum gebaden aber sehr spaß am planchen dann sieht gar nicht so übel aus da muss ich mir noch über ein paar fackeln stecken das ist hell ist dass ich auch mal nachts daran wollen kann was tue ich dann haben einen schönen schönen sandweg zum strand was sind es will ein urlauber mehr ich habe meine fackeln nicht immer so an der ecken stellen hier ihr seht schon es ist ziemlich stunden ecken kuh hals maul ja das sieht doch gar nicht übel aus habe ich ja die ganze frage über den weg gequatscht hier und ist konstruktiv ist aber ist ja nicht schlimm hauptsache meine bauprojekte nehmen mal etwas fortschritt ich würde ich sagen aber nicht schon anbindung an den strand hier so wenn da war was richtig so so sauber schön gefällt mir doch mal hier eine fackel hin so oft dann zu da eine war eine doch doch auch einigen tut da eine da eine da eine da und da servus was machst du hier du ratte schon an die ecke da dürfte so gehen ja so machen ich habe einen schönen sandweg zum strand was will man mehr so machen wir das ich gehe zu meinem haus beendet die folge an dieser stelle denn wir sind schon hier bei fast 13 minuten ich hoffe ihr habt ihr spaß mit dieser folge und ich hoffe ich habe euch nicht so mit meinem weg gebaut gelangweilt ja glaubt ihr der landschaftsgärtner aus von mir und ja wünsche euch noch eine schöne zeit und bis zur nächsten folge let's play let's play mit eurem dorf steffen möge die macht mit euch sein meine jungen padawane ciao mit v ciao mit mit